Ey, Leute, was ist das? Jay und das ist Arya und zusammen sind wir Legion Direktions. Willkommen zu einer neuen Folge von Flumgeek! Aufgrund ihrer abstrakten Darstellungsweise und unbegrenzten Möglichkeiten sind Cartoons bei sowohl Kids als auch bei Erwachsenen ziemlich beliebt. Und über die Zeit ist es auch ziemlich populär geworden, Cartoons oder auch Animes als Realverfilmungen umzusetzen. Aber während es einige solcher Verfilmungen gibt, die Fanherzen wahrlich aufblühen lassen, gibt es auch einige Exemplare davon, die Fans in tiefster Depression stürzen. Ich meine, ich rede von regelrechten Heulattacken, von extrem hohem Klopapierverbrauch, von extrem abseilenden und normalen... Warte mal, wir haben es doch verstanden. Wobei, was wolltest du gerade sagen überhaupt? Also wir legen jetzt los, würde ich jetzt sagen, oder nicht? Extrem abseilenden? Sagen euch die drei Namen Elvin, Simon und Theodore noch etwas? Ja genau, sie gehören zu dem Chaos-Trio der Kindheit Elvin und die Chitbunks, die drei Streifenhörnchen, die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. In den späten 50ern von Rosbeck Dazarian erfunden als squirrlige, oder sollte ich vielleicht eher sagen, squirrlige Musikband, die seitdem her die Musik- und Kinowelt mit ihrem gepitchten Gesang unterhält. Würde man nicht mit dem Alter die Immunität gegen diese verdammt gepitchten Stimmen verlieren? Und um die kommt man bei einem Chipmunk-Movie nicht rum. Also gucken wir uns doch mal heute den dritten Teil von Elvin und die Chipmunks etwas genauer an, bei denen die Chipmunks einen Schiffsbruch erleiden. Was bekommt man da? Ehm... Chipbruch? Nope. Eher einen echt crappigen Film. Wobei ich zugeben muss, dass das Wortspiel auf Englisch Chipwreck gar nicht mal so schlecht ist. Aber... Hört auf immer alle Gags ins Deutsch übersetzen zu wollen. Chipbruch? Was ist das? Okay, aber jetzt erstmal Film ab. Es ist noch nicht mal eine Minute vergangen und diese Stimmen. Diese Stimmen, wie soll ich das den ganzen Film über aushalten? Auch an Deck des Kreuzfahrtschiffes geht es ununterbrochen weiter. Während sich Dave, der Manager der Chipmunks, für ein Dinner mit dem Käpt'n fertig macht, wird natürlich wieder gepitcht gesungen. Back and forth, out with my tail, 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 back and forth. Okay, mir das nicht jetzt. Ich bitte euch. Danke Dave, du sagst es. Aber lange lassen die aufgedrehten Streifenhörnchen nicht auf die nächste Chaosaktion warten. Kaum ist Dave zur Tür raus, planen sie das Schiff unsicher zu machen. Die Chipits wollen in die Disco und Elvin will ins Casino. Also erstmal, zieht mal nicht andere Filme in eure Schlechtigkeit mit rein, ja? Und was war vorhin nochmal mit, ihr sollt die Gags nicht immer versuchen ins Deutsche zu übersetzen? Also bei der Übersetzung kommt irgendwie was ganz Falsches dabei raus. Ich mag meinen Schweif geschüttelt. Damit Elvin seinen geschüttelten Schweif bekommt, nimmt er das im Casino dann in die eigene Hand, ja schlechte Witze kann ich auch machen, und flirtet mit der reizenden Dame, die darauf eingeht und wirklich traurig ist, nachdem Elvin etwas unfreiwillig gehen muss. Lady, ihnen ist bewusst, dass das ein Streifenhörnchen ist? Mit welcher Intention sind sie an diesen Flirt rangegangen? Ich sag das echt nicht oft, aber ich hoffe, sie wollte nur sein Geld, weil alles andere wär... Nein, 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 nein. Währenddessen gehen die Chipits so richtig auf dem Dancefloor ab, bis das größte Drama passiert, das passieren kann. Au, au, aua. Oh shit, und jetzt? Eine erwachsene Frau streitet sich mit einem Streifenhörnchen und dann... Oh, 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 Tanzbattle, natürlich, klar, was denn sonst? Und auch die nächste Unruhe lässt nicht lange auf sich warten. Am folgenden Tag werden die Chipmunks dazu verdonnert, Shuffleboard zu spielen, damit sie nichts anstellen können, aber denkste... Elvin lässt sich wieder etwas einfallen, um dem Ganzen ein bisschen Action zu verleihen. Wenn er wüsste, was ihm das eindruckt. Vom Wind gegriffen und über Bord gegangen, landen sie etwas später auf einer einsamen Insel. Da fällt mir auf, wir haben schon etwas länger nichts vom gepitschten Gesang gehört. Ich hätte das nicht sagen sollen, oder? Kaum schaffen die Sechs es, ein Feuer zu entzünden, wird einfach random Kumbaya, my lord, gesungen. Und... Wie geht's jetzt weiter? Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Leute, fragt mich nicht wieso. Nach einer gewissen Zeit auf der einsamen Insel überkommt die Chipmunks so langsam der Hunger und sie machen sich auf die Suche nach etwas Esswaren. Zum Glück werden sie fündig. Eine Mini-Mango, die einen Streit auslöst. Und oh lord, zieht bitte nicht ständig andere Filme hier mit rein, das haben die nicht verdient. Tja, und leider kommen die sechs kleinen Abenteurer nicht mal dazu, die Mango zu essen, denn sie schleudern sie auf Zoe, einer ebenfalls gestrandeten Frau, deren schauspielerische Leistung so erschreckend ist, dass sie vermutlich auf dieser Insel ausgesetzt wurde, damit sie niemals jemals wieder irgendwer zu Gesicht bekommt. Achso, und klar, sie arbeitet bei UPS, mein damaliger Chef bei UPS, und hat Bälle als Freunde. Ich geb's auf. Da bis zum jetzigen Moment im Film einfach immer noch jegliche Spannung fehlt, dachten sich die Producer wohl so, weißt du, was so richtig spannend und originell auf einer einsamen Insel wäre? Die Insel ist eigentlich eine riesige Schildkröte, die zum Abtauchen ansetzt und die Chipmunks müssen sich beeilen, von der Insel Schildkröte runterzukommen? Was? Nein, ein ausbrechender Vulkan, Mann? So was gab's noch nie. Ja, Mann, gute Idee. Und die eigentlich nette Zoe wird böse und zwingt die Chipmunks, einen Schatz für sie zu suchen. Damit rechnet niemand. Also damit rechnet halt wirklich niemand. Das Ding ist nur knappe sieben Minuten später, ist der Film dann halt vorbei und die Zoe entschuldigt sich und wird wieder lieb? Das tut mir echt leid. Was war das für ein kleiner Sonntags-Plot-Twist-Ausbruch? Etwa der Versuch, der sonst so unwichtigen Zoe im Film einen wichtigen Sinn zu geben? Kein Wunder, dass unser Fazit lautet, unnötige Side-Stories, nerbig gepitchter Gesang, keine schauspielerische Leistung, vorhersehbarer Plot, nerbig gepitchter Gesang und schlechte Witze und ich hab vergessen zu sagen, dass es echt viel nerbig gepitchten Gesang gibt. Der war nervig und gepitcht. Vor einigen Wochen hatten wir schon mal mit euch darüber gesprochen, dass die Cartoon-Serie Cosmo und Wunder bin Elfen helfen und in den letzten Jahren eine Menge Kritik von Fans einstecken musste. Die Serie sei nämlich aufgrund von diversen Charakteränderungen und halbherzigen Handlungssträngen einfach nicht mehr das, was sie mal war. Und ich meine, ich kann die Aufruhr sogar irgendwo verstehen. Cosmo und Wunder ist für mich persönlich ein großer Teil meiner Kindheit gewesen und man will halt nicht zusehen, wie ein großer Teil seiner Kindheit den Bach runtergeht. Und ich meine, hey, solange es nur dabei bleibt... Ah, diese Welt... Nein. Die Real-Life-Verfilmung von Cosmo und Wunder mit dem Namen Wert erwachsen, Timmy Turner aus dem Jahre 2011 ist mit Abstand einer der härtesten Kopfnüsse, die man seiner Kindheit geben kann. Und dennoch haben sie es getan. Ich erzähle euch jetzt mal eben, worum es geht. Einmal kurz durchatmen. Okay, der Film beginnt mit dem 23. Geburtstag von Timmy Turner. Happy Birthday, Timmy! Welcher von Drake Bell verkörpert wird. Was? Ich habe jetzt gerade mal einen Satz gesagt und schon so viel ist nicht richtig. Drake Bell. Drake und Josh Drake Bell. Spiel Timmy Turner. Wie? Konnte das passieren? Ne, aber ernsthaft jetzt. Was geht denn hier ab? Und vor allem, wenn Timmy schon 23 ist, dann dürfte er doch gar keine Elfen mehr haben, oder? Tja, falsch gedacht. Er hat Elfen. Was ist das? Der Film läuft gerade mal 10 Sekunden. Ich schaffe das nicht. Timmy, Cosmo, Wanda und Poof werden nach einer kleinen Geburtstagsüberraschung vom Oberelf Jean-Claude aufgesucht. Ja, ich weiß. Das soll Jean-Claude sein. Und wir erfahren den Grund, warum Timmy schon so alt ist und trotzdem noch seine Elfen hat. Nach den Regeln müsste man nämlich folgende Kriterien erfüllen, um seine Elfen zu verlieren. Erstens, das besagte Kind müsse aus dem Elternhaus ausziehen. Sein Zuhause verlässt? Betrifft mich nicht. Zweitens, müsste das Kind einen Erwachsenenberuf ausüben. Wenn es erwachsen ist, betrifft mich nicht. Und drittens, dem Kind müsste die größte Magie der Welt widerfahren. Wahre Liebe. Auch das betrifft mich nicht. Doch scheinbar hat Timmy einen Weg gefunden, um das alles zu umgehen. Denn neben der Tatsache, dass er weder arbeitet noch ausgezogen ist, geht er einfach mal. Immer noch in die fünfte Klasse. Huh? Und hängt tagtäglich mit Zehnjährigen ab. Schmerz, Timmy. Fuck, I can't believe you've done this. I can't believe you've done this. Ohne Spaß, die meisten Charaktere in diesem Film sind leider einfach nur schmerzhaft mit anzusehen. Chester und AJ hätten zum Beispiel kaum unpassender gecastet worden sein. Und ich denke mal, so ziemlich jeder, der Cosmo und Wanda mindestens einmal gesehen hat, wird mir da, ohne mit dem Zauberstab zu wählen, zustimmen können. Pff, er ist nur neidisch. Trudy sieht einfach überhaupt nicht so aus wie früher und sie verhält sich auch nicht ein Prozent so, wie wir sie kennen. Sie ist weder aufgedreht oder unnormal verrückt nach Timmy und sie hätte so ziemlich jede andere random Frau sein können. Vicky haben sie allen Ernstes spitze Brüste verpasst. Weil natürlich haben sie das. Alle anderen Charaktere in diesem Film sind zwar überhaupt nicht so wie in der Originalserie, aber will man vergisst Vickys berühmt-berüchtigte spitze Oberweite. Ja, damn. Die einzigen, die meiner Meinung nach halbwegs klar gehen, sind einmal Denzel Crocker. Der Schauspieler spielt hier relativ überzeugend und im englischen Original trifft er die Stimme sogar echt gut. How does a 23-year-old man still manage to stay in the 5th grade all these years? Und ich fand auch noch Timmy's Dad ganz gut gecastet, wobei das wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass das hier der Original-Synchronsprecher von Timmy's Dad ist. Also ja. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass der Film bedauerlicherweise echt nicht besonders gut ist. Die Handlung ist weder besonders schlüssig noch spannend, Schauspieler sind unpassend gecastet, der Humor des Films funktioniert leider überhaupt nicht und die Animationen sind teilweise echt beängstigend. Mir wäre es ohne Spaß lieber gewesen, die hätten hier mit 2D-Animationen in dem Film gearbeitet, wie zum Beispiel bei Looney Tunes Filmen oder wie in dieser einen Folge aus Netz Ultimativer Schulwahnsinn. Mir fällt sogar gerade auf, dass der Humor von Netz Ultimativer Schulwahnsinn sogar recht ähnlich mit dem von Helfen der Elfen ist, was dementsprechend beweist, dass das auch in der Realität funktionieren würde. Aber nein! Stattdessen bekommen wir das hier. Can we do it again? It was fun! Yeah, sure! Was soll das? Übrigens, falls ihr euch gerade wundert, warum die schlechteste Realverfilmung aller Zeiten, Dragon Ball Evolution, nicht auf dieser Liste ist, das liegt daran, dass wir schon ein Video dazu gemacht haben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder hier. Es zerstört eure Kindheit. So viel sei gesagt, wenn ihr es trotzdem sehen wollt, Kindheit? The Rock? Pobessu! Pobessu!